Herzlich Willkommen bei WW Baustellen. Ich bin der Stefan. Jetzt kommt gerade etwas Wind auf. Ich hoffe es rauscht nicht sehr im Mikrofon. Ja ich bin hier bei Langenhahn an der Baustelle an der B255 und es sind weitere große Fortschritte gemacht worden. Die fertige Deckschicht ist schon aufgetragen, die Seitenstreifen sind schon gemacht und im oberen Bereich sind sogar schon die Leitplanken angebracht. Und jetzt bin ich auch nochmal den Langenhahn nochmal von dieser Seite aus schauen. Sohn 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 Ja die Straße und die Seitenstreifen sehen schon wunderbar aus, aber die Leitplanken sind wohl doch noch nicht komplett fertiggestellt. Sohn 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 Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.